Wir haben so eine Idee, Sterben ist, wenn jemand wirklich 50, 60 erreicht hat, dann beginnt das Sterben. Wirklichkeit nach der Lehre des Buddha, Sterben beginnt eigentlich mit der Geburt. Sagt der Buddha einen sehr schönen Satz, sagt er, die Entstehung ist der Anfang der Vergänglichkeit. Sagt der Buddha Meine Basis, mein Ursprung, der basiert auf tibetischer Medizin. Eine meiner lieben Onkels, Zwillingbruder meines Vaters, selbst auch buddhistischer Mönch, hat tibetische Medizin studiert und das hat mich wirklich gefesselt. Es ist auch ganz arg schön, dass in der tibetischen Medizin wenig über Gesundheit und Krankheit gesprochen wird, sondern es wird über den heilsamen und den unheilsamen Weg gesprochen. Deswegen sind das für mich auch zwei Fremdwörter. Mit Gesundheit ist im Endeffekt Ganzheit, Soheit gemeint. Und wenn die Ganzheit unterbrochen worden ist, dann muss ich einen heilsamen, einen ganzen Weg finden, um diese Ganzheit erhalten zu können. Es ist so ein Glücksmoment, wenn der Meridian aufgeht. Ich bin dem Menschen so dankbar, dass er sich öffnet. Aus der Öffnung heraus gibt es ein Herzensgefühl zu demjenigen, der auf der Sonnenbank, so wie ich es nenne, auf der Liege liegt. Und dieses Herzensgefühl gibt eine Verbindung. Und aus dieser Gemeinsamkeit ist jeder bereit, auch aus seinen Schwächen zu arbeiten. Und der Meridian symbolisiert, wie stark bin ich in dem Moment oder wie schwach bin ich in dem Moment. Da sagst du Stopp, wenn es dir zu viel wird, gell? Und ich habe die Aufgabe, den Meridian so zu aktivieren, dass er in einer Harmonie mit dem Körper, dem Gefühlskörper und dem Geist steht. Die Stimmmelodie, die Melodik, das Gefühl, Bedürfnis zu sprechen, meinen Standpunkt darzustellen, passiert über den Magen. Bei Singen gehört dem Element Erde, deswegen sing ganz viel, wenn du magst. Was genau der Tod ist, darüber können wir nichts berichten. Es ist nur schön, wenn man es nicht allein dem Prozess des Sterbens ergehen muss. Aber andererseits ist es auch wichtig, dass man den Sterbenden auch so respektiert, dass man sich zurückzieht, wenn der Augenblick des Trennens gekommen ist. Sterben muss jeder für sich. Das hat sich so ergeben, dass ich allein war mit meinem Vater. Und ja, er ist einfach, das Atmen ist schwächer geworden. Und ich habe seine Hand gehalten übrigens, das war interessant. Und einen bestimmten Augenblick dann, hat er die Hand weggezogen von mir. Und das war, da habe ich gemerkt, aha, er möchte jetzt bei sich sein und er muss den Weg allein gehen. Er war sehr gefasst, er war ernst der Angelegenheit. Aber keine Spur von Unruhe. Der Tod in meiner Verständnis ist eine Rückkehr zum Ursprung, in die Alleinheit, von der wir alle gekommen sind. Und von der wir alle ein Teil sind, nur durch unser Bewusstsein, menschliches Bewusstsein, leben wir nicht mit dem Verständnis, dass wir wirklich in der Alleinheit jederzeit sind. Aber das Sterben, das ist dann wieder ein Rückkehr. Wenn das Bewusstsein erlischt, das uns an das irdische Leben bindet, kommen wir zurück in den Ursprung. Das ist wie ein Nachhausekommen. Angst hat man nur, wenn man verworrene Vorstellungen hat. Die Geschichten von der Hölle und Strafe und Fegefeier und weiß Gott, was waren. Wenn das natürlich festgefahren ist im Kopf, dann wird es wahrscheinlich eine haarige Geschichte werden. Aber sofern man sich noch bei Lebzeiten von diesen Vorstellungen losgelöst hat, dass man nicht festgehalten ist, dann ist es kein Problem. Ich weiß nur aus meiner meditativen Erfahrung, sofern wir von unseren Vorstellungen jeder Art, ob die schöne oder angenehme oder unangenehme Vorstellungen sind, sofern man loslässt, löst sich alles auf. Man kommt in eine Stille, in eine Ruhe, die nur Friede ist. Und so, denke ich, wird auch der Tod sein. Wenn ich festhalte an irgendwelchen Vorstellungen, wenn man zum Zahnarzt geht, Oh Jesus, das wird weh werden. Und dann wird man oft überrascht, das hat gar nicht weh, was immer der Zahnarzt macht. Aber die Vorstellung vorher ist oft schlimmer als dann die eigene Behandlung. Und man kann sich auf den Tod gefreien. Das ist auch möglich. Es gibt viele Menschen, die so gestorben sind, im Gottesvertrauen, tiefgläubige Menschen, die sich wirklich gefreut haben, dann mit Jesus, mit Maria, mit Gott, irgendwas, zusammen zu kommen. Aber man kann sich freuen, oder man kann sich freuen, dass endlich eine Ruhe sein wird. Das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Man braucht nur eine Begleitung, wenn man im Sterben liegt und leidend ist. Und selbst da braucht man keine Begleitung. Aber es wäre schön, eine zu haben. Aber es ist fast ein Luxus. Die meisten Menschen in der Welt sterben ohne Begleitung. Und sterben auch ganz gut. Sterbebegleitung ist Anliegen unserer westlichen Gesellschaft. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Genauso wie auch die medizinische Betreuung eine sehr schöne Sache ist. Aber es ist nicht existenziell wichtig. Die Rituale, die ausgeübt werden, das ist eine Sache von Glauben, von Religiosität. Aber man muss an die Sache glauben. Es muss verständlich sein für den Sterbenden, was das Ritual ist. Wenn wir hier jemanden mit hinduistischen oder auch buddhistischen Sterbebegleitung konfrontiert werden, der davon nie gehört, das wäre ziemlich störend und verunsichend. Vielleicht auch beängstigend. Zwei Mal war ich anwesend, wie mein Lehrer, der Japaner ist, eine Zeremonie gemacht hat für einen Verstorbenen. Und das war sehr beeindruckend. Nur ich könnte es nicht wiederholen, weil ich kein Japaner bin. Bei mir wäre das aufgesetzt. Und darum vermeide ich es auch. Es war ganz interessant, vor allen Dingen, wie er einen Schrei von sich gegeben hat und bei einer Handbewegung auslöschen. Und dieser Schrei ist wirklich durch Mark und Bein gegangen. Und dieser Schrei ist wirklich durch das Schrei von sich. Tote sind wir da, aber auch mit der Geburt. Jeder Moment ist ein Tod oder wieder eine Geburt, egal wie wir es nehmen. Und in Wirklichkeit gibt es weder das eine noch das andere. Aber das ist schwierig zu erklären. Bianca, herzlich willkommen. Wie geht es denn deiner Nase heute? Gut. Ist es besser? Hat das gewirkt? Ja, schon. Und wie geht es dir mit deiner Luft? Manchmal geht es mit der Luft beim Laufen und manchmal nicht. Als ich fünf Jahre alt war, war so eine Art Diphtheriekrankheit bei mir. Sechs Wochen Halsschmerzen, sechs Wochen Dunkelheit, sechs Wochen zwischen Leben und Tod zu stehen. Ich habe meinen Körper auch mehr von außen gesehen als von ihnen und war in einer gewissen Todessehnsucht. Aber hast keine Angst mehr gehabt? Ja. Und aus der Todessehnsucht heraus hat mir meine Großmutter einen Plattenspieler geschenkt und eine Platte von Maria Callas. Und diese Platte habe ich gehört und ich habe Gänsehaut bekommen. Und ich habe geweint und habe gesagt, wenn ich nur irgendwie wieder gesund werden kann, irgendwie, ich verspreche es allen, allen Schützern dieser Erde, dieses Himmels, dann werde ich Opernsängerin. Und jetzt atme mal ganz tief ein, fünf Schläge ganz tief einatmen, ganz kurz anhalten, richtig Luft anhalten und während des Ausatmens schön ausstrichen. Ja, super. Ich forsche bei jedem Einatmen das Leben und bei jedem Ausatmen das Sterben. Das Aufwachen jeden Morgen, wenn ich meinen Mann sehe, das ist ein Stück Geburt. In die Praxis gehen ist ein Stück Sterben, weil dann sehe ich ihn nicht und die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, auch. Sie beginnen das Leben, aber für mich ist ein Stück Sterben, weil einfach ein neuer Moment beginnt. Warte mal so ganz fest in meine Hand. Und ich drücke ein bisschen dagegen und du drückst gegen meine Hand. Ja, nochmal. Drück richtig dagegen. Der Buddhismus bietet einen Weg, das Leiden zu fühlen, aber aus dem Leiden durch die Erkenntnis die freudvolle Erfahrung zu machen. Vielen Menschen erkläre ich, dass man lange ein Kleidungsstück trägt. Und das Kleidungsstück verliert an Farbe, das verliert an Spannkraft, es verzieht sich. Wenn das Gewebe brüchig geworden ist, dann bekommt es Löcher. Und ich frage dann auch immer jemanden, gerade wenn er in diesem Prozess sich befindet, ob er wirklich mit diesem durchlöcherten, farblosen, fleckigen Kleid in der Stadt spazieren gehen würde. Dann sagt er, nein, das würde er nicht tun. Dann sage ich, und was hält dich oder was hält sie noch daran, trotzdem mit dem verlöcherten Kleid in der Stadt rumzugehen? Wollen sie sich nicht einfach frei machen und sich ein neues Kleid suchen? Und das ist immer eine Freude. Es ist immer so ein positives Lächeln und ein paar Menschen konnten dadurch auch schon leichter den Körper verlassen. Anicca Vata Sankara Uppad Vaya Dhammino Uppajitva Nirujyanti Tesang Uppasamo Sukho Der Theravada-Buddhismus sagt, wenn jemand wirklich stirbt, tot erlebt und gleich hat er dann Wiedergeburt. Und Wiedergeburt funktioniert so, wenn wir so viele Dinge getan haben, sowohl der heilsame als der unheilsame, wir sammeln durch diese Tätigkeiten sehr viele Energien. Und diese Energien können nicht ohne Materie leben, braucht einen Körper. Und dann wieder verkörpert diese Energien. Diese wird als Wiedergeburt bezeichnet. Yathavarivapuraparipurantizagarang evamevaitodinnam pethanam upakappate unbeudakam vattang yathaninnam pavattate evamevaitodinnam pethanam upakappate chitam pachitantuyam Die Menschen fragen immer, wenn die Bevölkerung mehr und mehr werden, wie ist die Wiedergeburt? Sie fragen oft. Und deshalb fragen die Menschen, die stellen diese Frage, weil sie immer denken, der Mensch wird wieder als Mensch wiedergeboren. Und der Tier wird immer als Tier wiedergeboren. Nach der Lehre des Buddha, der Mensch kann ein Tier werden. Tieren können die Menschen werden. Wirklichkeit ist so, wir haben so viele Welten. So viele Welten. Und das gibt ihnen immer Austausch. Sterbebegleitung Sterbebegleitung hat auch verschiedene Definitionen. Manche Leute sagen, ich werde dann anderen helfen. Sterbebegleitung. Wie ich anderen Menschen helfen kann. Denken immer. Aber wie ich denke, Sterbebegleitung ist irgendetwas mit der eigenen Person verbunden. Ich soll selber lernen, wie ich mit meinem Tod richtig umgehe. Das muss man lernen. Wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch anderen helfen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, das Leben als Meditationsobjekt nehmen. Nicht den Tod. Tod ist noch nicht gekommen. Aber Leben haben wir jetzt. Und deshalb, immer wieder sollen wir auf unser Leben, das jetzige Leben konzentrieren. Das heißt, wie ich es oft erwähne, das jetzige Jetzt entscheidet das nächste Jetzt. In Sri Lanka haben wir eine alte Tradition, eine Sterbebegleitungstradition. Und wenn jemand so weit ist, laden die Leute eigentlich die Mönche ein. Und dann die Mönche besuchen diese Menschen, diesen Menschen. Und erstens gibt es ein sehr, sehr schöner Gespräch eigentlich. Und der Mönch redet und erklärt, was das wirklich jetzt passiert. Du erlebst die Vergänglichkeit, anders werden. Und dein Leben wird nicht mit diesem Ende sehen. Das wird wieder neue Leben, neue Geburt entstehen. Es ist normalerweise in Sri Lanka, diese Person, die der Sohn gestorben ist, bleibt noch zu Hause. Und einige Tage, vielleicht zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und die ganzen Familienmitglieder kommen und respektieren, Abschied nehmen. Und am letzten Tag kommen die Mönche. Und sie machen dann Ceremonie. Ceremonie ist nichts anderes als einfach über die Vergänglichkeit sprechen. Friedhofer gibt es in Sri Lanka nichts. Das heißt, Friedhofer gibt es schon, aber wie heißt das, Grabsteine gibt es nicht. Wenn jemanden begraben oder Feuerbestattung Ceremonie machen und dann ist das Ende. Das ist so, dann besuchen sie nichts mehr. Friedhofer gibt es in Sri Lanka nichts. Sie machen aber zu Hause verschiedene Ceremonien. Und besonders die Verdiensteübertragung Ceremonie machen sie. Dass ich etwas tue, dadurch die heilsame Energien sammle, diese heilsame Energien übertrage ich den Verstorbenen. Und das tun wir eigentlich in Sri Lanka. Nachdem ich also sehr viel konfrontiert bin mit diesem Thema rein beruflich, das lasst mich nie gelassen. Schauen Sie auf die schönste Blumenwiese, die wunderschön anzuschauen. Es wird permanent gestorben, wenn man so will. Man kann auch, vielleicht sagen, verändern. Und man braucht sich ja nur selber in den Spiegel schauen. Also eines Tages merkt man, da schaut mich ein anderer an. Der Gedanke an die eigene Vergänglichkeit ist etwas, was eigentlich immer wieder so weggeschoben wird ein bisschen. Das sind so nicht die wirklichen Themen, die die Gesellschaft und die Einzelindividuen interessieren, solange es das nicht betrifft. Wenn es sich dann betrifft, schaut es natürlich anders aus. Das ist ganz klar. Das ist die Ursula. Die praktische Ausbildung ist einfach das How-to-do. Wie gehe ich mit einem schwer kranken Menschen um? Wie kann ich überhaupt Kontakt zu so einem Menschen finden? Wie kann ich helfen? Die sogenannte spirituelle Schiene der Ausbildung ist ein Angebot an alle Menschen, die sich dafür interessieren, was hat Buddhismus eigentlich zu dem Thema Sterben und Leben, weil das gehört eigentlich zusammen, zu sagen. Ich will Sie nur vorbereiten, wie es wirklich um sich steht und wenn man nebenbei sitzt und die Hand hat. Es ist Hospizarbeit eine sehr belastende Arbeit, eine persönlich psychisch belastende Arbeit, bei der man sicher auch einen geistigen Rückhalt braucht, um die Dinge, die auf einen zuzukommen, zu verarbeiten. Und das sind eben meistens Patienten, die auch wenig Besuch haben oder kaum Besuch haben. Ich denke mir, es ist auch ganz wichtig, dass man da sehr viel Ruhe hat und die Menschen einfach als Menschen wahrnimmt. Und das probiere ich jetzt einmal. Die Schwester, die in der Arbeitsraum, die in der Arbeitsraum... Ja, das ist schon eben, weil da... Aber das ist jetzt... Das ist ja gut, ja. Ja, ich kann Ihnen das mal vorher erst... Ja? Ja. Das ist schon einige Jahre her, da lag eine Patientin bei uns mit einem Karzinom und zwischen uns hat es irgendwie gefunkt. Also mir war völlig klar, diese Frau werde ich jetzt begleiten. Und sie hat das auch sofort angenommen, auch ihr Mann. Und dann war die Situation, wo sie dann wirklich schon sehr schlecht gegangen ist und ich musste ein paar Tage weg und sie hat gesagt, wir werden uns jetzt nicht mehr sehen. Da habe ich gesagt, ja das wird wahrscheinlich so sein. Und haben uns verabschiedet, liebevoll verabschiedet. Und diese Frau hat mir derartig viel gegeben. Eigentlich so viel Kraft. Also aus sterbenden Menschen, die können unglaublich viel Kraft fürs Leben geben. Musik 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 Nach dem Tod, wenn also der Geist den Körper verlassen hat und sich in diesem sogenannten Zwischenzustand, dem Bardo-Zustand befindet, beginnt das Bewusstsein, getrieben von seinen karmischen Gewohnheiten, eine neue Wiedergeburt zu suchen. Es ist kein bewusster Vorgang. Das passiert einfach durch die Kraft von karmischen Eindrücken. Das Bewusstsein kommt dadurch in eine Gegend, wo ein Elternpaar gerade in sexueller Vereinigung ist. Und dann, wenn Eizelle und Samen sich verbinden, tritt gleichzeitig das Bewusstsein dazu. Normalerweise. Musik Manche buddhistisch Praktizierende, die in ihrer geistigen Praxis weit fortgeschritten sind, haben keine Angst vor dem Tod. Da geht der Tod mit Freude einher. Andere aber, die viel Negatives getan haben, haben natürlich Angst. Denn vor dem Tod setzt die Reue über negatives Handeln ein. Und das Wissen darum, dass die Wirkungen dieser Handlungen auf einen zukommen werden, bedeutet natürlich Angst. Musik Musik Vielleicht gibt es aber einen Unterschied in der Art von Angst. Menschen, die keinerlei Kenntnis von buddhistischen Lehren haben, haben oft eine diffuse Angst. Sie haben keine Ahnung, was der Tod für sie bedeutet und was danach passiert oder nicht. Menschen, die mit den buddhistischen Lehren vertraut sind, wissen zumindest, dass jede Handlung eine Wirkung hat, die der Natur der Handlung entspricht. Und deshalb ist ihre Angst viel spezifischer dahingehend, dass sie wissen, eine schmerzhafte Wiedergeburt wird die Folge der Handlungen sein. Und damit geht normalerweise auch Reue über die negativen Handlungen einher. Was ähnlich ist zwischen christlichem und buddhistischem Gedankengut, ist wohl der Punkt, dass die Gewohnheit, leidbringend zu handeln, abnimmt, wenn ein Mensch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass leidbringendes Handeln wirklich nachteilig ist. Was die Art der Reinigung angeht, da ist ein großer Unterschied. Denn aus buddhistischer Sicht ist es nicht so, dass einem die Sünden vergeben werden. Es gibt keinen übergeordneten Gott, der einem Sünden erlassen würde, sondern jeder ist selbstverantwortlich für sich. Und es ist die Kraft der Reue. Es ist dieser Bewusstseinsvorgang, der in sich eine reinigende Wirkung hat. Nach der intensiven Karriere wollte sich mein Vater zur Ruhe setzen. Er war relativ jung, 59 Jahre alt, als er mit Darmkrebs sich ins Bett legen musste. Und mit dem Darmkrebs hat er sehr lange leiden müssen. Und die erste Hälfte seines Sterbeprozesses war er sehr, sehr hart, sehr verschlossen, sodass er auch von meinem zibetischen medizinischen Wissen überhaupt nichts wissen wollte, sondern Kampf, wieso muss ich so qualvoll sterben. Und wir hatten sehr viele Gespräche miteinander, die am Anfang wirklich sehr, sehr hart waren und keine Einsicht, bis ich gesagt habe, du, ich glaube, wir sollten noch was klären miteinander. Ich möchte nicht erst nach dem Sterben mit dir die Dinge besprechen, die mich als Kind belastet haben, sondern ich möchte das jetzt tun. Und jetzt ist die Phase, wo wir es noch schaffen könnten, zu streiten, wenn es sein muss, weil es geht dir zwar schlecht, aber noch nicht so schlecht, dass du nicht reagieren kannst. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich meinen Vater weinen sehen. Zwei Stunden hat er geweint und hat gesagt zu mir, und das ist wirklich ein sehr prägender Satz für mich, im nächsten Leben möchte ich ein besserer Vater sein. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, nein, im nächsten Leben freue ich mich, dir wieder zu begegnen. Als Mathelehrer fühle ich mich sehr stolz, dich zu haben, aber komm bitte nicht auf die Idee, mein Vater zu werden. Und dieses Bild mit ihm zwischen Weinen und Lachen den Zustand zu sehen. Auf der einen Seite hat es ihn sehr berührt, hat er geweint, auf der anderen Seite hat er gelacht und gesagt, bring mir das Loslassen bei, sing was für mich. Und ich habe gesagt, Papa, du warst dagegen, dass ich singe. Du warst dagegen, dass ich mich mit der tibetischen Philosophie beschäftige. Er sagte, weißt du, den Buddha in dir, den sehe ich lachen, den möchte ich haben. Na, ich sage, den schenke ich dir, weil der lacht schon die ganze Zeit in dir. Nur du kannst es noch nicht sehen, weil du immer wieder drüber die Steine gelegt hast. Und dann haben wir angefangen, wir beide die Steine zusammen wegzuräumen. Wir beide haben geweint, wir beide haben gelacht. Und zwei Tage später hat er dann ganz sanft und friedlich, ohne Qualen, den Körper verlassen können. Und zwei Tage später hat er dann ganz sanft und friedlich, ohne Qualen, den Körper verlassen können. Und zwei Tage später hat er dann ganz sanft und friedlich, ohne Qualen, den Körper verlassen können. Und zwei Tage später hat er dann ganz sanft und friedlich, ohne Qualen, den Körper verlassen können. Und zwei Tage später hat er denn gut nach au бок, wobei der richtigeśliiste det ist. Deshalb sind wir mit den Türen. Und drei Tage später eigentlich skazygged lamden dir grace.